Der Sommer. Er bringt uns lange Tage mit vielen warmen Sonnenstunden. Und damit auch Lebensfreude, Gelassenheit, ein Gefühl von Freiheit. Welch große Rolle der Sonnenschutz spielt, ist zwar allgemein bekannt, trotzdem unterschätzen viele Menschen die Stärke der Sonne auch hierzulande. Wenn ich ganz normal rausgehe, benutze ich eher keine Sonnencreme. Ich würde nicht daran denken, überhaupt Sonnenschutz an so einem Tag zu verwenden, weil es ja auch gar nicht so heiß ist und man sich nicht so oft draußen auffällt. Ich benutze dann Sonnencreme, wenn ich wirklich in den Park gehe, joggen, Fußball spielen, also richtig mal ein paar Stunden draußen bin. Also wenn ich jetzt mal für eine Mittagspause, so eine halbe Stunde, Stunde draußen bin, benutze ich keine Sonnencreme, muss ich gestehen. Da hoffe ich, dass der Eigenschutz reicht. Eine UV-Kamera zeigt, was für unsere Augen unsichtbar ist. Die Spuren, die die UV-Strahlen auf unserer Haut hinterlassen. Denn die eigentliche Schädigung beginnt schon lange vor dem Sonnenbrand. Sommersprossen und Pigmentflecken, hervorgerufen durch UV-Strahlen. Und auch die Wirkung von Sonnenschutz lässt sich mithilfe der UV-Kamera sichtbar machen. Die UV-Strahlen haben keine Chance mehr. Die Bilder zeigen, wie wichtig der Schutz für unsere Haut ist, um die Sonne sicher zu genießen. Wenn man einen richtigen Schutz erreichen möchte, müsste man eine Teelöffelmenge fürs Gesicht verwenden. Und das wird eigentlich von den wenigsten verwendet und man schützt sich dann eigentlich nicht gut genug. Neben der Ausschüttung von Vitamin D und dem Glückshormon Serotonin hat die Sonne einen weiteren positiven Effekt auf die Haut. Sie bekommt eine schöne Sommerbräune. Für viele ist genau das ein Grund, sich nicht oder zu wenig einzucremen. Sie befürchten, Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor verhindere die Bräune. Eine sehr interessante Innovation im Bereich des Sonnenschutzes ist die Verwendung von Wirkstoffen, die die natürliche Bräunung der Haut unterstützen. Denn viele Verbraucher stehen vor dem Dilemma, dass sie sich einerseits vor der Sonne schützen möchten, aber andererseits eben auch braun werden möchten. Und so haben wir einen Wirkstoff entwickelt, den Promelaninextrakt, der die natürliche Bräunung der Haut unterstützt und somit zu einer besonders natürlichen und schönen Bräunung der Haut führt. Innovative Sonnencremes bieten nicht nur einen effektiven Schutz, sondern aktivieren die natürliche Bräunung. Das bedeutet eine schönere, ebenmäßigere Bräune, die besonders lange hält und für die Haut nicht schädlich ist.